Und haben Sie den Eindruck, dass viele Leute arbeitswillig und interessiert sind, endlich einen Job zu bekommen? Derzeit eher ja. Die Leute, mit denen wir momentan Gespräche führen, haben wir das Gefühl, dass die gerne hier in Graz einen Arbeitsplatz hätten, weil sie sich hier niedergelassen haben. Es sind, muss ich fairerweise sagen, viele Personen dabei, die nicht ursprünglich aus Österreich kommen, die hier zugewandert sind und schon lange in Graz leben. Also unsere Erfahrung ist da eher positiv, dass wir Leute finden. Es gibt immer wieder die Ausnahme, dass manche lieber das Arbeitsgeld nehmen und nebenbei etwas anderes erledigen und nicht gerne arbeiten.